harma soo neue rundeanges glück trata ablevel tasked erst frei geschaut der ist auch der contacting er okay doppelte xps nervt ein bisschen dingo Schnelles Magazin brauche ich bei der DINGO nicht, weil ich da sowieso nicht zum Nachladen komme. Was ist denn bei der DINGO noch? Wo ist denn da die Schwäche? Reichweite und Schaden. Schaden könnte es ja ein bisschen mehr machen. Wir werden da jetzt Vollmantelgeschoss drauf haben. So schaut die Geschichte aus. So. Dann meine Perks nicht vergessen. Passt. Flinke Hände. Und Wachsamkeit ganz wichtig. Jawohl. Dann meine Wachsamkeit auch wieder. Ey, das Perk ist Gold wert. Wenn man das auch mal benutzt hat, glaube ich, kann man echt nicht mehr oder schwer drauf verzichten. Ich zumindest. Wie scheiße schaut denn die DINGO noch einmal aus? Was nehmen wir denn? Hey, sicher. Nehmen wir die Waffenfristig. Klein Tag. Ist Rage muss schon raufkehren da. So. Synabisiert raufklatschen. Wir brauchen zwei Blankgranaten. Braucht nur eine. Uuuuuh. Bum, 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 bum. Nehmen wir es Reflex. Reflex. Mit. 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 Oskar Grün. Der Herr Oskar Grün. Hätten wir zum Wunsch in Herrn Oskar. Wann hätten wir noch? Herrn Oskar Lila. Die Frau Oskar Lila und der Herr Oskar Grün. Ja. Hahaha. Äh, okay. So. Schubdüse braucht keine Sau. Das braucht auch keiner. Wachsamkeit. So. Ui, jetzt klatsch ist er an die Wand. Jeden Wahnsinn. Ich bin ein bisschen durchsichtig, gell. Zu durchsichtig. Ein Geist. Ich bin nur eine Illusion. Oder wie nennt man doch die? Höh. Oder? Da steht doch schon wieder einer beim Zaun. Ah, vielleicht habe ich ja auch mal Glück mit meiner Lobby. Ich hätte gerne echt wieder mal so eine Assi-Camp-Lobby. Klingt zwar komisch, ist aber so. Ein von hinten. Nein, jetzt schauen wir noch mal. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er immer noch da steht? Du Pfeife! Du Schlingel! Nein, nein, nein! Ach Gott! Na Mann, ich marschier doch nicht hundertmal durch die verfickte Scheune. Echt nicht. 3 zu 4. Obwohl ich mit der Psychose eigentlich durchmarschieren könnte, gell? Scheiß Timing. Ja, da haben wir einen Spezialisten, der Zettero. Zettero. Oh, Zettero, du bist mein Liebling. Das habe ich jetzt schon festgestellt. Äh, hör auf damit, mit Samtex zu schmeißen, ja. Boah. Boom. um okay okay alles klar steht schon wieder so zaunkönig alter mit kinetik rüstung du minderwertiger peter Z-Tero! Ja, Z-Tero. Mann! Kieb mir nicht einmal. Achtung, feindliche Konterdrohne ist aktiv. Dreckspunkte kann er sich zu uns vorhin stecken. Friss mal Granate. Achtung, feindliche Konterfläche von oben. Nein! Er legt sich ganz drücklich noch vor meiner Fresse nieder, hey. Mehr Erfolg beim nächsten Mal. Tja. Oh, dein Atomabschuss erreicht der, voll Wichser, der. Das ist Samuele! A339, ja, ja, souverän, souverän. Sei einfach gut. Nein, nein, nein. Bitch. Was ist denn das für schwule G-Stemmern? Nix gegen schwule, sorry. Uiuiui. Ja, ja, das, doch, doch, in der Lobby wäre er glücklich. In der Lobby wäre er glücklich. Combine würde er jetzt dem Ganzen noch so, ah, in letzten, wie soll ich sagen, Feinschliff. Feinschliff, würde ich sagen. Gehen wir alle auf Geheim, in der Hoffnung, dass das... Ja, sag so, Samuele. Wie viele Abschüsse hast du bitte, wenn du Prestigemeister bist? Er hat 19.814 Abschüsse, der Samuele. Der Samuele hat also 8.000 Abschüsse mehr wie ich und ist aber Prestigemeister plus Level 243. Läuft bei ihm. Hat er sich sicher nicht erglitscht oder sonst irgendeinen Scheiß-Trick damit aufgeführt? Ja, ja. Ja, aber immerhin, eventuell kann er ja. Was ist denn das, Mann? Das ist der Sadomaso Spider-Man, oder? Das ist... Wer soll das sein? Der Spider-Man, oder wie? Na, ich hab doch keine Ahnung. Ein Sadomaso Spider-Man. Ah. So. Komm. Und es lautet, und es lautet, und es lau-de-t. Ey, wüt die überhaupt auch mal mit der Dingo, ha? Wüt'n. Ah, ich muss meinen Sound-Level-Auto stellen lassen. Kein Wunder, da sind nix her. Doch marschiert doch eigentlich immer einer daher. Was ist denn da los? ... 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 Nein! Ja, aber ein schöner Abschuss. Kann ich nicht sagen. Sei im Vergrund! Ah, F*** die, Alter! Hat die jetzt mal Granate nervös gemacht, oder wie? Ui! Äh... Ja, na, 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 na! So nicht! So nicht! Du kleine Hure! Tödliche Präzision ist einfach so geil! Im Hardcore erstens richtig schwer zu erreichen! Motherf***ing One-Shot-Kill! Und zweitens gibt's nicht. Keine Ahnung. Links! Er haut mal die Sprengladung genau vor die Füße. Los, Lemminge! Schneller wie das Geschütz! Achso, das ist kein Geschütz. Ist das der Mr. Prestigemeister? Ah, ist er nicht. Der Mr. Prestigemeister auf 10.000 Fuß über Normal Null. Feinde haben unsere Drohne zerstört. NAAA! Jetzt liegt er da! Bei Gott sei Dank hat er meine Psychose jetzt nicht weg. Okay. Der Abschluss war jetzt natürlich auch mit dem Sperrer mitten in die Fresse. Er legt sich beinhart wieder da. In die Fresse, Alter! In Kolben! Boah! Nein, nein, nein! Drohne bereit für Befehle! Ich höre dich! Hä? Was war denn jetzt mit dem los? Gerimeter auf 10.000 Fuß über Normal Null. Ja, sonst hätte ich jetzt mal Granate gekillt. Fuck! Granate war schöner gewesen. Drohnentreibstoffkontrolle abgeschlossen. Drohne zerstört! Verbündete Schwebeladung eingesetzt. Na, na! Na, na! Na, na, na! Na, na, na! Na, 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 na! Eheh! Alter! Verbündeter Wichser sitz doch nicht in der Ecke und wort! Etwas schreckhaft. Wann hinten? Unangenehm. Hätte ich gesagt. Ist der Spitzel nicht oben? Wir gewinnen diesen Kampf. Nein, ich wollte nicht. Sorry, Alter. Fuck. CTO. Na, Mann. Warum spielen wir jetzt mit der Pfeife, Alter? Ich weiß, man mag Hilfe. Normal keine Verbündeten. Achtung. Feindliche Drohne nähert sich. Was ist los, Mann? Hört mal auf. Und alle friendly Fire, Mann. Und eigentliche Vorräte von oben. Boi. Ärgerlich, ärgerlich. Feindlicher Wächter gesichtet. Oh, kann man in dulde decken, der Wächter. Wer hat mich da zerstört? Hey, willst du mich verorschen, Mann? Das war ja wohl ich, oder? Du wolltest mich schon wieder killen. Ich hab's genau gesehen. Ich... Ey, wie fies ist denn das einmal, Mann? Den Wächter haben ich zerstört. Oh. Okay, der Prestigemeister hat's anscheinend wirklich drauf. Jetzt tut er sich ja wie gleich wieder. Kind, tu es. Tu es für mich. Ja, jetzt. Ja, joh. Oh, ne, vorte. Hey, scheiße, dass da noch... Da ist noch ein einziger verfickter Camper dabei. Und das ist... Da wird er speziellisch geheißen, da der... Der C-Tero. Der jetzt weg ist. Nein, 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 nein. Hier ist schon wieder mein Schreck ins Map. Ah, come on. Come on. Ihr willst doch eigentlich gar nicht Combine. Nein. Welcher Pisser hat denn jetzt noch für Combine gestimmt? Nein. Nein. Unangenehm. Ah. Da holt sich jetzt gerade wieder einer, einer rüber. Oh ja, ja, ja. Ja, Combine, Combine. Oh ja, oh ja. Aber da sieht man, wie wichtig das ist, wenn man vom Wahlrecht Gebrauch macht. Ja. Also, fucking Stimme hätte es jetzt entschieden. Aber na, wir müssen wir nicht abstimmen. Für was denn? Scheiß doch der Hund drauf, ne? Na, na. Hardcore Team Deathmatch. Nein, ich sag, nein, nein. Heute ja nicht einmal. Nein. Ja, ja, der Klassiker. Komm her. Es läuft doch eh standardmäßig so ab, oder? Ich hab ihn nicht erwischt noch. OIE! Guten Morgen! Alleine schon belasten, das war's. Alter, da hinten. Da hinten ist einer! Aber das interessiert dich, ey. Ich juck die Blan-t-Granaten einfach nicht. Sie juckt ihn nicht. Warum? Nein, 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 nein. Schwebeladung. Und wenn frisst's? OIE! Muuuunt! Aber da verbindet der Hauptsache Frontal-Vorlaufen, Alter. Ohnextreffen! AAAAA! Oi, 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 oi. Mann, doch, doch. Na, 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 combine, holt. Es ist combine, ey. Ohne Worte. Ohne Worte. Ach gut, Captain, Captain Bizeps. Nein, ist doch der Zettero. Nein, der Z... Wer bist denn du? Bist du kleiner Bruder von Zettero? Der Zetter... Z... Zette. Wee, 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 wee. Nein, nein, nein... Alter, was hast du vor? Ein knackiger Moonwalking-Trick. Ich kann... Ja, na, Mann, sicher. Na, ist die Map lustig, das ist so lustig. Aha, Himmels Willen. Feindliche Schwebeladung im Operationsgebiet. Ja, dieser Verräter muss ausgemerzt werden. Ah, 7 zu 14, ja, na. So eine geile Map, ich kenn's ja... Nein, lustig. Stundenlang könntest du spielen. Die Drohne bereit für Befehle. Nein! Die Sensoren erfassen das Ziel. Hä, wo, wo liegt der? Feinde haben unsere Drohne zerstört. Ja, der Captain Bizeps. Ah, ey. Alle Anstrengungen für seinen Namen, kehrt er eigentlich hierher gefloscht. Das... Woah, du Motherfucker! Ja, ja. Ich bleib da, weil da. Feindliche Drohne nähert sich. Danke. Danke. Warum? Warum? Warum spielt man so am App? Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Ja. Oh, Mann. Bitte hoffentlich... Ich will noch einmal. Bitte, bitte, bitte. Spiel mir noch einmal Combine. Nein. Das ist so lustig. Ja, ohne Worte halt, ne? Au. Bitte auch, lauf zurück. Jawohl. Und bin ich schon weg? Bin ich schon weg? Wenn ich das höre? Nein. Oder wenn ich das schon höre? Ja. Ich krieg schon jedes Mal die Krise, wenn es, wenn es im Ladebildschirm anzeigt. Weil ich echt drauf wetten könnte, dass Combine kommt. Ah. In der 9-Dings. Im 9-Add-on soll ja on-shinend... Oder was heißt on-shinend? Ähm... Ähm... Feier die Dungeon schon wieder, ehrlich gesagt. Ich will gerade sagen, er lohnt sich doch noch einmal. Der Hater ist gut. Ich hab mich noch! Schweinegfriest ist doch sehr wieder da oben. Schade. Was wartest du da auf bessere Zeiten, du Pisser, oder wie? War wie das, Horst? Campende Teammates sind ja fast noch schlimmer. Ja, ja, gut. Das war wieder mein AIM. Mein AIM war da jetzt wieder etwas suboptimal. Und sie snipen. Und snipen. Ja. 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 Verstärktes Geschütz eingesetzt. Ah. Pfff. Nein. Map mit dem Haus. Das ist eine gute Frage. Ich weiß, mir fällt gerade keiner ein. Ich spraye so extrem. Ist das nicht ein verbündetes Geschütz? Das ist sicher. Sonst darf man es nicht anzeigen. Warum tut denn das Geschiss nichts? Ja. 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 Oh, man merkt schon wieder, dass ich hochkonzentriert spiele, weil ich weniger laber, was vielleicht gar nicht mehr so schlecht ist. Na, ah, geh weg! Fuck! Ja. In dem Moment, wie ich sehe, dass einer marschiert, schmeiß ich schon die Granate. Sorry. Min-Jung. Erzählt den Forst aus! War doch ein Gegner. Die Granate war wieder mit einer Präzision geschmissen! Nein! Doch, geh mal nicht auf die Eier, ich sage es, wie es ist. Und hier bleibt mein Pistol mit. Das Geräusch war irgendwie... Ja, sensationeller Abschuss, du! Aus der Hüfte ein Headshot, weil die einfach gesprayt haben, wie ein Vollidiot. Was habe ich da überhaupt für ein Move prahlen? Oh, Mann. Oh, Mann. Das hat mir jetzt auch irgendwie lustiger vorgestellt. Aber es geht aufwärts, Mann. 21 zu 13. Ja. 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 Eigentlich wam', lasse ich auch mit einer Ruscha-Klasse. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? waum nicht! Neuin! Warte! Warte, warte, warte! God! Ich bin nicht fertig. Hey! Ich bin ja nicht fertig. Ist das jetzt noch genommen? Ja, ich freu mich richtig stark auf das Iron. Das Iron wird ja mal, ich hoff, ich hoff, ich hoff, das wird gut. Aber es kann noch gut werden. Zombie Modus ist ja auch wieder dabei. Oder wieder Iron. Aber, wobei, ich habe Zombie nie wirklich gespielt. Weil ich es einfach überhaupt nicht kann. Ich habe das Spiel auch noch nicht ganz so begriffen, anscheinend. Wettbar was, da stehen da... Warum laufe ich eigentlich immer durch die Scheune? Ich weiß ganz genau... Na gut, ich mein... Ich weiß, dass Elm war halt recht oben, ne? Ich weiß nicht, dass ich ihn nicht mehr schlafen kann. Ich weiß nicht, dass ich ihn nicht mehr schlafen kann. Ich weiß nicht, dass er das hier nicht mehr schlafen kann. Weil ich kann! Weil ich kann! Fuck, man! Lass mir den Kill. Neee... Warum laufe ich immer durch die verfickte Scheune eigentlich? Ich... ich kapiere es niet! Ist doch eh nur zu Ärger. Achtung, feindliche Hellstorm unterwegs. Nein, oh nein. Warum schau ich nicht nach rechts? Ich schau aus Prinzip nicht nach rechts, glaube ich. Aber pack mal aus, das ist AIM. Ja, ja, du mir auch. Verfickte Samtex. Oho. Gibt es dafür eigentlich nicht eine Visitenkarte? Wenn ich einen beim Rutschen in die Fresse hau? Nein, ich höre dich ja. Ja! Was war denn das jetzt für ein Fake-Granatenwurf so? Nein, doch nicht. Jawohl, hat sie eh noch geschmissen. Na, geh weg. Na, geh weg. Woh, wie hab ich denn den geholt? Oh, der kommt schon zu meinen Favoriten, der Kill. Oh, den feier ich schon wieder. Eie. Ja, der ist wieder nett. Aber der Kill war jetzt doch Hammer. Wenn der jetzt nicht geil war. Feindliche Drohne gesichtet. Ich hole den Typen da mit der Granate. Zu zweitmal belastend. Au. Hä? Glückwunsch zur Beförderung. Ja, doch schon. Berimeter auf 10.000 Fuß über Normal Null. Drohne zerstört. Warum zerstörst du mir meine Drohne? Ha? Ha? Was ist denn mit dir, Alter? Lauf mir nicht nach, wenn ich... Alter, ich höre doch einen. Unklugen. Was schaust du da? Feindliche Drohne nähert sich. Mehrere feindliche Drohnen gesichtet. Mehrere feindliche. Optimal. Umso witziger wird's. Achtung. Feindliche Vorräte von oben. Feindliche Abschussserdoten. Einfach hier. Wer von oben hat nicht, das ist wenn ich keine Hölle hören kann. Es ist ja sowieso nicht. Guck mal. Speaker, schau dich an! War ja verbündeter Pisser. Naja. Super. Achtung, feindliche Vorräte von oben. Wo ist denn das Geschütz? Achtung, feindlicher Energiekern online. Ja, na fix, Simon. Ja. Ey, ich muss sagen, das ist schon ziemlich belastend, wenn ich jetzt gar nichts mache. Wir werden hier absolviert, Black Ops. Ein bisschen mehr Dampf. Aha. Aber ich mache überraschend viele Kills mit meiner Granate. Das ist... Ah, da Il Classico, Mann. In der Dreckscheune. Und nochmal laufen wir hin, weil ich bin einfach nicht gescheiter. Ja. Eieieiei. Fuck. Das war ein Bullshit-Spiel da, ey. Ah. Naja. Eieiei, gehen wir mal dann gefähren. Ein Schuss, ein Treppe. Wirst es nicht mal hören. Ah. Hallo wieder. Ah, die Kräte war gut. Jupp. Ah. Ah. Ist ja nur ein Rasmus. Ah. Fock it ey. Yeah. Ja. Au. 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 Dass geht mir dieses Lied nimmer aus dem Kopf. ечно. Und bis zum Hellstorm. 8 Abschisse, Mann, bin noch nie bis zu Hellstorm hoch. Wie gibt es denn die Scheiße da? Mhm. Zweiter. Ja, ist ja schon mal nicht schlecht. Aber schon mal keine schlechten Voraussetzungen, sagen wir mal so. Ey, ich brauche noch ein Sturmgewehrklasse. Was nennen wir denn? Was nennen wir denn? Nennen wir die Kain. Echt die Kain, oder? Sehr nennen wir die Kain. Schnell ziehen. Und, 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 und. Schnelles Magazin, nennen wir. Was sind jetzt Schubdüsen-Scheiß-Dämpfer? Soll ich jetzt mit der Klasse spielen, oder nicht? Hm. Da hab ich ja gar keinen Aufsatz. Ich setze drauf. Ich spiele überhaupt mal mit der Pumpe. Mit der Pumpe spielen. Oh ja, ich lass ihn jetzt echt einmal auf das Niveau runter. Ah, oder doch nicht? Oder? Ich will echt einmal mit einer Pumpgun spielen. Nein, na, hat sich schon erledigt. Na, hat sich schon erledigt. Ändert sich beim Wiedereinstieg. Ja, passt, kann man gleich machen. I believe I can fly. So, danke. Na, du Schlingel. Damn. Ah, fuck you, Alter. Ohne Scheiß. Ohne Witz. Mann. Toll. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Oh, da kann ich jetzt, wollte schon ein Video machen, Best of, meine Granatenabschüsse. Hä? Oh. Hey, du wolltest doch schon wieder da oben chillen gehen, hey, ich weiß es ja. Oh, verkauf dein Playstation und du auch. Oh, sorry. Heute habe ich es aber auch mit dem Friendly Fire, muss ich zugeben. Ja, und weit, schnell. Hey, was ist denn, Mann, was ist denn mit dem? Ja, ja, mein Ame. Oh, Pissar. Oh. Was miss, Lulu? Ah, oi, muss ich noch ein bisschen auf meine Nachbarn aufpassen. Miss Lulu, 9100. Ah, es, ja, hat es begriffen, wie das Spiel funktioniert. Links war einer drin. A little bit conversation, a little more wrecks on police. Miss Lulu, oder? Na, nicht einmal. Und sprayen, immer fecht, sprayen, das ist es um und auf in dem Spiel. Da mittel, 63 Finger. Oh, gut umschrieben. Gott sei Dank, eh herr, die durch. Weiteln, eh wohl, Gott die Granate schmeißen. Oh, herr... Oh, herr, der... Oh, herr, der... nicht gut einfach nicht gut Ah, den hab ich jetzt aber im Mittelfinger weggeschossen eh, ha? Hey, ich hör doch! Ich hör ständig Gegner! Naja, das ist aber ein beschissener Spawnpunkt, ganz ehrlich! Ich hoffe es sind meine Granaten! Wenn einer Granaten schmeißen, Compagnies! Da kann er King, hey! Extrem schnell! Extrem, extrem schnell! Danke! Aber macht er keinen Kopf! Ich krieg halt sowieso keine Abschussserie mehr zusammen! Nein! Jetzt pass ich wieder nicht auf! 2019! Ich darf nicht mehr so schreien, meine Nachbarn! Ne Mittelfinger! M-M-M-Monster! M-M-M-Monster! Da hat sich jemand einen Tritt verdient! Schau dich jetzt! Schau dich nach unten! Schau dich nach unten! Kipp einer von rechts! Schau dich nach vorne! Schau dich nach vorne! Schau dich nach unten! Ganz normal Ganz normal Ganz normale Call of Duty Wahnsinn Ich kann nach unten Zielkeeper von oben an Ziele nach oben? 100% von unten What? Nein Das ist hart 1224 Ja super Nein weiss was Ich darf da jetzt gar nicht da durch Kevin geht nicht durch die Mitte Kevin ist klug Sei wie Kevin Die Mission ist ein Fehlschlag Mehr Erfolg beim nächsten Mal Mh Ja Ja Na Uns drücken wir aus der Hüfte Passt schon So Ja Ich werde den Stream jetzt wieder mal beenden Weil ich eine Rachen gehen will Ja Bisschen mehr Rage kann halt vielleicht noch eventuell dabei sein ABER Es sind einfach viel zu wenige Camper unterwegs ABER MEI QUOTE MÄN MEI QUOTE MÄN Passt mir nicht ganz muss ich sagen Ja Passt mir überhaupt nicht ABER ja wass alles So So Oh Ich hör schon die Sekretten Rauch mich Rauch mich Rauch mich Bis zum Ah oh Die seltene Vorratslieferung Die muss ich mir jetzt nämlich noch geben So So Wetten werden angenommen Isok Mh Isok Normal Selten Normal Oder Normal Normal Selten Normal Normal Selten Normal Ich gewinne so Uuuuuh Uuuuuh Oh Ja Hey Nicht schlecht Ich hab die voll übers Ohr gehauen Aber als Entschädigung Halt ich noch mal 3 Kryptos gekrieg Du Kleiner Mh Ja So das nochmal zum kröneten Abschluss Und Ja Passt Ok Arrivederci